Hallo zusammen, äh, ich wollte euch nur eben kurz Bescheid sagen, ich hab jetzt Urlaub. Ja, ist das nicht schön? Ich hab mal wieder Urlaub. Ähm, Problem ist so, ich bin jetzt die erste Woche nicht zu Hause. Das heißt, Moment, ich mach mal grad den Kalender schön auf. Vom, also heute ist das letzte Video, was ihr sehen werdet vorerst. Vom 8. August bis zum einschließlich. 13. August werden definitiv keine Videos kommen. Das heißt jetzt ungefähr, ja, ein paar Tage auf jeden Fall. Fünf Tage, um genau zu sein. Ab dem 14. August, ähm, kann es sein, dass wieder Videos kommen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich muss nur noch mal meinen Puffer checken, den ich noch hab. Ähm, kann durchaus sein, dass da unregelmäßig Videos kommen. Weil ich hab nicht mehr so viele. Ich mein, das Schöne ist, ich hab jetzt noch, äh, in der Hinterhand so ein kleines Let's Play Together. Also ein kleines ist gut, aber wir haben es noch nicht fertig aufgenommen mit dem Kevin. Äh, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Und, ähm, ja, ich muss mal halt gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, ob ich da jetzt, weiß ich nicht, ein Part pro Projekt dann hochlade. Oder ob ich an einem Tag dann das eine Projekt hochlade, an einem anderen Part, äh, ähm, äh, 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 äh. An einem anderen Tag das andere Projekt, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall werden Videos kommen, aber auch in dieser Zeit kann es durchaus vorkommen, dass hin und wieder mal kein Video kommt an einem Tag. Ähm, normal weiter geht's dann wahrscheinlich ab Freitag, am 22. Ähm, weil da hab ich dann wieder Zeit aufzunehmen und so. Gut, ähm, das war's eigentlich schon Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche Ich freue mich sehr auf meinen Urlaub Mein letzter Urlaub war ja um Ostern rum und da war ich ja krank Das war sehr geil, auf jeden Fall Und davor mein letzter Urlaub war Weihnachten Also dieses Jahr hatte ich das nicht so mit Urlaub Und draußen hobs wieder Ja, warum seht ihr kein Bild, kein Webcam-Bild oder so Weil ich jetzt gerade keine Lust habe für das kurze Video Das anzuschließen und so Deswegen wahrscheinlich einfach nur irgendwie ein Text Keine Ahnung, ich lasse mir was einfallen Also, ne, wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche Äh, einen schönen Schulstart für manche Weil die Ferien gehen währenddessen zu Ende Und ja, sag dann einfach Bis zu den nächsten Videos irgendwann Tschüss, tschüss